Laufschuhe, Funktionskleidung, Kompressionssocken, Tracking-Apps, Laufuhr, Trinkrucksack, Stirnlampe. Es gibt Lauf-Equipment bis zum Abwinken und es gibt Läufer, die geben Hunderte, vielleicht Tausende von Euro jedes Jahr für das ganze Zeug aus. Aber was brauche ich als Läufer denn wirklich? Also als Läufer, der einfach nur Spaß haben will beim Laufen und dabei vielleicht noch was über sich und seinen Körper lernen will. Das habe ich mich auch gefragt und in meiner eigenen Kiste für Lauf-Equipment gekramt und dabei drei Dinge gefunden, die ich auf keinen Fall wieder abgeben würde. Einfach um immer gut vorbereitet zu sein. Ja, gut vorbereitet ist halb gewonnen, ne? Also ich habe auf jeden Fall alles dabei. Okay, okay, das war vielleicht ein bisschen too much. Also hier kommen die drei Dinge, die ich nie wieder abgeben würde. Eins noch bevor es losgeht. Es gibt in meinen Augen eine Sache, die bei keinem Läufer fehlen darf und das sind Laufschuhe. Da das aber kein Video über Laufschuhe werden soll, klammern wir das mal aus und starten mit dem hier. Und zwar einem Multifunktionstuch. Sieht nach nix aus, kann aber wirklich eine Menge. Ja, es ist richtig. Ich putze damit auch das Bad, nutze es als Hose fürs Büro, habe damit neulich sogar mein Auto repariert und Seilspringen tue ich damit auch. Hier mal vier Vorteile. Erstens, um die Stirn gebunden verhindert es, dass dir der Schweiß in den Nacken und in die Augen läuft. Zweitens, über die Ohren gezogen schützt es vor starkem Wind und hält die Ohren warm. Drittens, um den Hals gebunden wärmt es bei kühlen Temperaturen und verhindert, dass dir der Schweiß den Rücken hinunterläuft. Und viertens, wenn du es in so einem Rotkäppchen-Style über dem halben Kopf trägst und es dann unter deiner Jacke hast, schützt es vor Kälte. Und wenn es dann mal so richtig kalt wird, dann kannst du hier auf so eine High-End-Variante zurückgreifen. Das ist hier am Hals richtig dick, also wirklich ganz, ganz kuschelig warm, wie ein Schal und hat hier so eine Mütze, die du dir über den Kopf ziehen kannst. Super praktisch, weil der Hals komplett warm bleibt, der Schweiß, wenn du die Mütze auf hast, aufgesogen und nach außen transportiert wird. Und ganz ehrlich, das Ding, das hat mir in meiner Marathon-Vorbereitung 2017 im Winter echt das Leben gerettet. Wer läuft, will meistens so Dinge wissen wie, wie weit bin ich denn schon gelaufen und wie schnell bin ich, wie viel Höhenmeter hatte meine Strecke, wie ist meine Herzfrequenz, wie viel Kalorien habe ich auf meinem Lauf verbraucht und noch eine Million Dinge mehr. Wer sich eine verlässliche und detaillierte Auswertung seiner Läufe wünscht, der kommt ehrlich gesagt um eine Laufuhr nicht herum. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass Laufuhren neben Laufschuhen das sind, wofür die Leute am meisten Geld ausgeben. Bei mir war es so, kurz nachdem ich mit dem Laufen angefangen habe, habe ich mir wirklich auch selber eine Laufuhr zugelegt und laufe seitdem auch immer mit einer. Und habe festgestellt, welche unglaublich hohe Relevanz das für mein Training und die Wettkämpfe hat, die ich bisher gelaufen bin. Und genau deswegen möchte ich dir heute meine Laufuhr vorstellen und drei super Funktionen, auf die ich persönlich nicht mehr verzichten möchte. Und diese Laufuhr ist eine Garmin Forerunner 255 Music und ich bin super froh, dass ich Garmin als Sponsor für dieses Video gewinnen konnte. Also lass uns loslegen mit drei super Funktionen, die ich dir jetzt zeigen möchte. Die erste Funktion, die ich dir zeigen will, ist die Herzfrequenzanzeige der Uhr. Ich habe jetzt zum Beispiel die Uhr mit dem HRM Run Pro Brustgurt verbunden und hier eben die extra Trainingsseite eingestellt, nur für die Herzfrequenz. Und ich möchte mal mit dir sprechen über die einzelnen farblich gekennzeichneten Bereiche, die du hier siehst. Also, Grau nutze ich für meine Regenerationsläufe. Das ist alles bei 66 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das helle Blau nutze ich für lange, langsame Dauerläufe, 71 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Grün für Grundlagenausdauerläufe, 76 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Orange für Tempodauerläufe, 81 bis 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und wenn du hier in den roten Bereich reinläufst, ja, das ist dann alles eben entsprechend da drüber, wo es so in diesem Bereich All Out geht. Die zweite Funktion, die habe ich mir auch auf eine extra Trainingsseite gepackt. Also die Trainingsseite, die du hier siehst, das ist meine Trainingsseite 1 mit Distanz, Timer und Durchschnittspace. Wenn ich jetzt hier unten drücke, gelange ich zur zweiten Seite, die erstmal fast identisch aussieht. Der Unterschied ist aber, dass ich hier unten die aktuelle Pace habe. Das ist vor allem hilfreich für Tempodauerläufe, beziehungsweise für alle Läufe, wo du wirklich exakt darauf achten möchtest, dass du in einer bestimmten Geschwindigkeit läufst. Das heißt, hier unten wird dann immer angezeigt, wie schnell, also wie hoch deine Pace gerade aktuell ist. Und wenn du zu schnell oder zu langsam bist, kannst du dann eben entsprechend das Tempo anpassen. Und das dritte, was ich dir zeigen will, ist die Multisport-Eigenschaft der Uhr. Also es ist ja so, dass ich jetzt zum Beispiel nicht nur laufen gehe, sondern auch mal schwimmen, Radfahren, Wandern oder ins Fitnessstudio. Und all die Sachen, die kannst du mit der Uhr tracken. Ich gehe jetzt hier einfach mal exemplarisch durch, welche Sportarten überhaupt möglich sind. Und du siehst, es ist wirklich absurd viel. Freiwasser, Triathlon, Wandern. Und wenn deine Sportart bisher nicht dabei war, kannst du sagen, okay, ich füge eine neue hinzu. Und kriegst hier nochmal super viele weitere Sportarten. Trail Run, E-Bike, Mountainbike, ach herrje. Es ist auf jeden Fall super hilfreich und total cool, um wirklich alles zu tracken, worauf du Bock hast. Übrigens, ein geiles Feature der Uhr ist auch die Musikfunktion. Ich habe zum Beispiel Spotify mit der Uhr verbunden. Dann lade ich mir immer ein paar Podcast-Folgen auf die Uhr, verbinde die Uhr per Bluetooth mit meinen Kopfhörern und kann so auf meinen Läufen entspannten paar Podcast-Folgen hören. Den Link zur Garmin, den habe ich dir hier unten in die Videobeschreibung gepackt. Läufer haben in Deutschland ein echtes Problem. Also seriously, so ein richtig fettes Problem. Was denn? Wir haben kein Licht. Es ist bei uns die Hälfte des Jahres dunkel und gefühlt geht im Herbst und im Winter die Sonne um 12 Uhr auf und um 15 Uhr wieder unter. Und weil die drei Stunden dazwischen die meisten Leute arbeiten müssen und nicht laufen gehen können, brauchen wir das hier. Und zwar eine Stirnlampe. Speziell eine mit einem Vorderlicht und einem Rücklicht. Worauf du beim Kauf so einer Lampe achten solltest. Erstens, die Gewichtsverteilung der Lampe muss auf dem Kopf ausgeglichen sein, sonst rutscht das Teil nämlich ständig hin und her. Zweitens, das Vorderlicht sollte sich neigen lassen, sonst leuchtest du nämlich beim Laufen überall hin, nur nicht da, wo du das Licht brauchst. Drittens, das Vorderlicht sollte dimmbar sein. Das macht vor allem Sinn, wenn es dämmert. Da brauchst du dann nicht die volle Power und das Dimmen spart außerdem Akku. Viertens, der Akku sollte sich über ein mitgeliefertes Kabel aufladen lassen. USB ist immer super. Batterien in so einer Lampe sind wirklich nicht so nice. Und viertens, der Lumenwert, also wie hell das Licht leuchtet, sollte ausreichend sein. Ich habe hier maximal 75 Lumen an der Lampe. Das ist im Vergleich zu aktuellen Lampen recht wenig, weil die hier schon älter ist, aber trotzdem ist die mega hell und vollkommen ausreichend. Ich habe beim Kauf wirklich unglaublich viel Wert auf dieses Rücklicht hier gelegt, weil vorne etwas sehen und gesehen werden ist zwar nice, aber was bringt dir das, wenn du von hinten irgendwie von einem Fahrrad oder einem Auto umgefahren wirst, ist halt auch irgendwie nicht so geil. Mit Sicherheit gibt es noch einige Dinge mehr, auf die ich und andere Läufer nicht verzichten können, aber das Video heißt ja hier mein Top 3 Lieblings Laufequipment. Und mal ehrlich, da gehört zwar ein Funktionsshirt und eine Laufhose dazu, aber wer schaut sich schon gerne ein Video an, wo das offensichtlich erzählt wird, das ist ja auch irgendwie lame. Also nicht vergessen, den Link zur Garmin Laufuhr, den findest du hier unten in der Videobeschreibung. Dann sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.